Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Im letzten Part ist so einiges passiert, dafür auch ein bisschen Überlänge zusätzlich, denn wir haben einen kleinen Einblick bekommen, was Prane die ganze Zeit mit ihrer Tochter vorhatte. Sie wollte sie nur ausnutzen. Die Bestie, die Lili in sich bereits trägt, die wir nie einsetzen konnten, werden ihr nach und nach extrahiert. So haben sie jetzt einen Zauber gewählt, oder eine Bestie, besser gesagt, gewählt, die sich Odin nennt. Ob es der Odin ist, wir werden es erleben, wirklich der Kriegsgott Odin aus der nordischen Mythologie. Ich hoffe nicht, dass der da mitsamt Asgard da einfällt und uns was antun möchte. Auf jeden Fall ist das alles nicht gut. Freya möchte hier in Claymore, weil ihr alles komisch und spanisch vorkommt, möchte sie gerne den Grund erkunden, warum der Sandwirbelsturm weg ist und möchte den Baum nach unten klettern, um zu schauen, wo die Ursache liegen könnte. Ich werde jetzt auch nochmal das Mocknet probieren. Nicht lesen, aber ein Brief von Mohana, Kubo. Lass uns ihn sofort lesen, wurde reingefunden. Ah, seit der Sandwirbelsturm aufgehört hat, sind lauter komische Leute nach Clara aufgebrochen, Kubo. Ach so. Was hat das nur zu bedeuten, Kubo? Ich habe eine schlimme Vorahnung, Kubo. Mit Clara etwa genauso zerstört werden wie Bungiakia, Kubo. Kommt denn keiner zu Hilfe, Kubo? Oh nein, Kubo, 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 booo. Oh, ich packe sofort meine Sachen und schließe mich stetskern an. Egal wohin, hauptsache weg von dir, Kubo. Ja, ist mit Sicherheit schlau. Gut, ähm... Wir... Wir werden versuchen, uns ein Trüppchen hier zusammen zu suchen. Schlafen wir ihn noch nicht. Wir werden den Baum erkunden, sie dann ist schon mal noch vorgestürmt. Was euch immer geschieht, ich lasse nicht zu, dass den Kindern etwas passiert. Ja, ich hoffe, dass es dir gelingen wird, meine Gute. Jetzt hat zwar der Lärm aufgehört, aber ich fühle mich irgendwie nicht sicher. Ich habe Angst, solche Angst. Wenn es also an etwas mangelt, einfach Bescheid sagen. Oh! Oh! Das machen wir jetzt aber sehr gerne. Aber weißt du wie? Das nehmen wir alles gerne mit. Danke für das Angebot. Boah, schau mal. Ey, das war jetzt aber echt, echt toll. Boah, Patisän. Patisan? Parmesan möchte ich gerne lesen. Patisän wird es wahrscheinlich genannt werden. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe immer so meine Probleme mit der Aussprache, ne? Das ist leider ganz normal bei mir. So. Ähm, wir werden gleich mal anlegen. Der Gutein, ihr neues Waffilein, Draco, Megere und Vollmond. Oh, okay, sie hat nur einen 20er Vollmond, nicht so wie der gute Queen, ne? Eisenhelm werden wir jetzt auch gleich wechseln. Mitril, Goldhelm, Mitril, Goldhelm, Mitril. Fangen wir mit Mitril an. Hier werden wir die Raijin-Fäustlinge nehmen. Hier die Mitril-Wüstung und der Goldschall ist ja noch nicht fertig. Oh, äh, so. Boah, das war jetzt echt schlau und gut von mir, dass ich da jetzt noch geschaut habe. So, ich hoffe, dass das alles passt. Items. Gab es da oben nicht eine Dame, die Items verkauft hat? Warte, ach, ich bin mich schon wieder... Ach so, mit dir haben wir noch nicht gesprochen, oder? Wenn der Wind nachlässt, dann hört auch dieses Wasserrad wohl bald auf, sich zu drehen. Ja. Sollte eigentlich doch sofort passieren, oder? Wenn wirklich irgendjemand Krayra angreifen sollte, dann verteidigen wir das Volk bis aufs Blut. Lass dir sicher sein. Ich glaube, das ist nur der Anfang. Tja, das befürchte ich auch. Wo ist denn es denn? Die, ah, warte, ich glaube hier. Wenn ich die Dame hier, die Items verkauft hat, such dir Items, so hätte ich noch ein paar anzubieten. Ja, bitte. Bald, äh, bald hat's ja schon. Hauts Hönchen. Schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Welch muss Sex im Leben? Föliczwerden haben wir auch noch. Baldfern, ähm, baldfern, wenn ich noch drei mit. Zelt haben wir auch, bist ja eigentlich streng gesehen, müsste ja alles passen. Ich bedanke mich und hau jetzt ab. Tschüss. So. So, so und so. Ach, ja. So, so, so und so. Meine Burschen, ich bin fertig. Freya, du hast dir aber ganz schön Zeit gelassen. Wir warten schon auf dich. Dann lass uns mal losgehen. Hey, ich war noch einkaufen. Bug habe ich hier, aber, also, Bug habe ich leider nicht getroffen. Ob er wohl schon den Baum runter ist? Ich hoffe es für ihn. Der Sand, der dieses Dats mir gleich süßig macht. Dieses Dats ist wirklich sehr, der kann man. Alle sind zu hilfsbereit. Schon alleine, um mich ihrer Freundschaft würdig zu erweisen, muss ich Clara beschützen. Hoffen wir, dass es uns gelingt. Irgendwie bekommt man hier Bauchwebers bei, also, bei dem Gedanken. Denn, äh, in Bezug auf, dass da was schief geht. Mitril-Tolch, und das ist alles echt. Für Zitane geht's heute ein nächstes Neues. Aber das Stirnband. Kannibale und Exumnia. Kristall am Reif, um weg zum Mitril-Reif. Reif, ja. Weißt du schon, Plattenpanzerle kommt auch weg für die Mitril-Beste. Und den Kraft-Griddle braucht er noch als Klärchen. Der, der Gute von und zu, Vivi, hat noch seinen Donnerstock. Den braucht er noch. Den Magierhut, Urschrei und Feurer. Hm, hm, ja. Ach so, ja, das wollte ich ja kombinieren mit was, ne? Fuh, 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 fuh. Ist aber wurscht. Ist ja wurscht. Nennt er halt so, vielleicht Feurer, passt ja auch. Ist ja nicht tragisch. Ist dabei nix. Und die Zauberfond zu Stiefelchens. Äh, okay, das ist auch dabei nix, okay. Wie schaut's denn mit, die haben wir schon, mit Queena. Der hat doch immer seine Gabel. Müsste ich mal schauen. Ich glaub, die Mistgabel. Oh, die gab ja, oh, Entschuldigung. Die Mistgabel lernt dasselbe, werden wir gleich umrüsten. Sorry, mein, mein Fehler. Rose Hanisch. Halsduch hat er immer noch. Habgier, passt. Das müsste fürs Erste passen. Ich hoffe es sehr. So, und wir laufen hier runter. Tap, 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 tap. Hm, aber dieser Brief von diesem Mogel ist schon besorgniserregend, muss man sagen. Das ist mir nicht ganz geheuer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh, ich hab einen Fehler gemacht. Das ist, glaub ich. Oh, oh. Warte mal ganz kurz, ich muss nochmal schnell rauf. Ich hab gleich was vergessen. Das wird ruhen. Oh, nein. Ich glaub, die hab ich jetzt vergessen. Machen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Gott sei Dank, der ist noch. Kann, konnte man da nicht drunter springen? Na, dann war's falsch. Ich dachte nicht, man konnte bei einem Wirbel-Dings runter. Und dann kam man zu den Truhen. Dann hab ich's verpasst. Äh, vermasselt, wollte ich sagen. Verpasst und vermasselt. Beides. Super. Oder ich täusche mich grad. Das könnte auch sein. Super. Gut gemacht. Bravo, Tzoki. Hey, du bist der volle Profi, was? Alexandrisch, Alexandrische Soldatinnen. Warte, wie, was? Was macht die Gegners? Was machen die denn hier? Ist Pranisch schon da? Fuck. Nix gut. Gar nix gut. Gar nix gut. Und außerhalb tut die auch nicht viel ruhig aufpassen. Dass ich vielleicht nur fressen kann. Das ist jetzt gut, Banz. Die gute Freya. Warte. Achso, ja, das geht jetzt nicht. Na, nicht der Ernst jetzt, oder? Das ist jetzt gut. Ich wollte es nämlich eigentlich verspeisen. Wenn es möglich ist, schenken, genießbar. Kann ich mir gut vorstellen. Scheißen, Dreck. Ist das mal funktioniert? Nicht genießbar. Okay. Nicht genießbar. Ja. Mal ausprobieren, ne? Ja. So. Ja. Ähm. Das war's für Sie. Super. Sehr gut. Ein bisschen... Ich vergesse zu sagen, und ein bisschen Geld haben wir bekommen. Boah ey, was habe ich denn da falsch gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Was? Auch hier? Großartig. Nicht gut. So, gleich mal die Essmagie. Ich will zahlen, wir nehmen gleich Eiswarte. Dann ist das sicher ledigend. Ja, ja, stimmt jetzt. Und jetzt ledigend. Ja, stimmt jetzt. Na, hat das Bibi auch noch? Ach ja, auf. Das ist ja unbeführend. Ja, manchmal hat man halt das Bibi. Ja, das ist ja unbeführend. Ah, na, dann braucht's noch. Alles klar. Und bei der Gute in Freya. Bei der Gute in Freya. Ja. Korallenring wäre gar nicht mal so schlecht. Ja. Dann können wir bei unserem guten Vivi schauen. Ob beim Hals durch. Ach. Oh ja, der Goldschall. Autoportion, das ist gut. Dann können wir noch beim Titane Abilities schauen. Vestizid. Hannibale war jetzt mehr Schankengung an Reden, ne? Ja, das passt. Das ist sehr gut. Ability bei Freya. Exorzismus, das wird Geist sein, ne? Dämon, die werden zu Schaden suchen. Gut. Hannibale hat sie. Dann würde ich sagen, ja, nehmen wir einfach. Sie hat's über. Passt. Äh, Queen allein. Du hättest auch noch. Zwei über. Gibt mir auch noch was. Na, da braucht er fünf. Erhöht Preisgeld, genau. Das war das. Nein. Nein. Na, da braucht er noch. Alles gut. Passt. Boah, ja, da braucht er noch mehr. Scheiß Survivor, echt. Ist ja wahr, Entschuldigung. Dann ist Prani wirklich schon hier. Ja, da braucht er jetzt aber ganz schön schnell. Ich hab's nicht mehr Zeit gelassen, dir die auszulutschen. Ich werde sich wieder Bestie anzueignen. Ja, das sieht gut. Ja, wo, 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 Zitanet Level abbekommen, sehr schön, ein Nitritschwertkarte, Potion und Haufen Gill haben wir bekommen, super, 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 das ist richtig super, oh, warte mal, na, da konnte man nicht drauf, ne, weißt schon, Zitane, warte doch mal einen Augenblick, die Soldatinnen aus Alexandria vorhin findest du nicht auch, es waren auffällig wenige an der Zahl, ich meine, wenn man mal davon ausgeht, sie hätten es ernsthaft auf uns abgesehen gehabt, hm, ja, jetzt wo du es sagst, da ist was dran, gut, so schaffen wir es, auf einen Streich, nein, das obere, ja, jetzt wo du es sagst, da ist was dran, stimmt genau, oh, stimmt genau, aua, äh, Freya, Clara, Clara wird angegriffen, schnell, du musst, komm, 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 schnell, du musst sofort mitkommen, komm, 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 oh nein, ich hatte ja so recht mit meiner Befürchtung, ich muss, ich muss mich beeilen, was, stellt, stellt ja noch so blöd rum, komm, 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 kommt auch mit, schon unterwegs, das ist nicht gut, ach du Schatten, die Damen und Herren drücken also auch langsam ein, oh nein, hier fällt ja auch ein, oh nein, dance, glaube ich, die Damen und Herren drücken, die Damen und Herren hierManie!」 Äh, was wollen wir? Aber bitte zum Lastoshof, oh, oh … Töten … Ugh … Hilfe, die Stadt wird von Feinden übergerkanntet. Sind es wirklich so viele? Ja, sie fallen buchstäblich vom Himmel. Oh nein! Ah! Töten! 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 Ja, wir werden auch gleich töten! Ihr Bastarde! Sieht da alles... Sieht das nur Maschinen, das ist halt echt... Puh! Was könnt ihr denn da gut hinhauen? Ich würd's mal mit Blitzkampf vielleicht probieren. Und da werden wir nochmal draufhauen lassen und hier... Achso, ich schaff jetzt nicht alles. Das war jetzt zu... Was? Okay, wer hält der nicht aus? Psst. Ich mein natürlich, das war ganz klar. Ja. Bisschen Will haben wir bekommen. Alter Schalter. Ich muss es nochmal probieren. Ja, Stilzkampf. Ähm... Ähm... Problemet? Nichts? Eine Bitte, Pupo. Übergebt diesen Brief an Serino. Aber gerne. Danke, Pupo. Wir werden erzählen. Wir werden speichern. Weil ich muss hier speichern, weil ich werde sicher was versemmeln. Ich weiß, was jetzt kommt. Da es schon so lange her ist, wenn es wahrscheinlich perfekt hinkriegt, das würde mich ärgern. Dann werde ich das nochmal starten, weil ich das perfekt haben will. Was ich zwar nix rundstreng gesehen, aber es war wurscht. Ich will das ordentlich machen. So. Um meinen Geist zu beruhigen. Darf. Stilzkampf. Stilzkampf. Für die? Mal. Stilzkampf. Wenn du nur was willst, hätte ich halt immer so nimm. Was zum heiligen Puppel? Was ist hier passiert? Okay, da ist sonst nix. Ich kann nach wie vor nicht darunter. Naja, Pech gehabt. Habe ich Pech gehabt? Ich habe die zweite Wunde leider versäumt. Ich habe vergessen, wie es geht. Macht euch bereit zu sterben, Raunzen-dreckige von Clara. Schnell, hierher. Jetzt gibt es saures, ihr Scheißweiber. Ja. Und eine Blond, ne? Voll die Rassisten. Bis auf Beatrix hat keiner dieser Damen eine andere Haarfarbe, ne? Ich weiß schon, dass das damals einfach probiert, ne? Und so, sowas darf man als dafür keinen Wert legen, ne? Das sind wirklich alte Spiele. Und damals war die Zeit anders, ne? Also, da ist jetzt nix mit Rassismus oder so, ne? Bis wir denken, es sind die Tigerinnen, ja? Die fungieren sozusagen wie eine Amazone. Und mit dem Bassisten. Also, was ist jetzt mal von kräftemäßig, kampfkunstmäßig, denn, ähm, vielleicht mal besser als Vergleich, als wäre eine Amazone oder eine Soldatin, ne? Also, wir Frauen sind nicht nur immer das schwache Geschlecht. Auch wenn wir sie hier ganz schön wegputzen, aber wir haben Freya dabei, ja, ja? Also, auch Freya klatscht ganz schön zu, ja? So ist es nicht. So. High Potion, Potion und die Sublime. Jetzt blassen sie wohl zum Gegend an. Ja, sicher. Ja, sicher. Ist ja unglaublich, ne? Ich werde es schon vermassen. Oh yeah. Das möchte ich. Das werde ich schaffen. So, Angriff. Wir machen die gleich alle weg. Ähm, ja, Angriff. Schade ist es. Ich werde es mit Fressen probieren. Espresen probieren. Espresen probieren. Aha. Und? Quina? Essen? Nicht genießbar. Gut, dann bekam. Wacht. Hätte es sein können. Sehr gut. Yeah, wup, 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 wup. Bibi und Quina haben Level Up bekommen. Sehr fein. Und wir kriegen tausend Blumen. Was wir sie ja brauchen. Verdammt. Nur nicht übermütig werden. Wie es jetzt gerade wohl in der Stadt aussieht. Pfau. So eine Kacke. Oh, der Feind kommt in Schade. Wie sieht's für euch hier aus? Die Leute aus Bumeakia leisten zwar Widerstand. Aber für jeden Gegner, den sie umhauen, scheint zwei neue zu kommen. Wir waren völlig machtlos und sind geflogen. Diese verdammten Bastard hat er aus Alexander. Ach, was sollen wir nur tun? Flieht nach oben, nach rechts. Na, rechts. Da oben sind sie ja gerade gekommen. Flieht nach rechts. Ich hoffe, das ist richtig. Oh, passt. Hat gestimmt. Hast du vielleicht meinen Mann gesehen? Nein, habe ich nicht. Wo ist Fatih? What? Hier ist es zu gefährlich. Flieht nach links. Flieht rechts, Treppe nach oben. Nein, von dort sind sie gekommen. Nein, von dort sind sie gekommen. Also nach links. Flieht nach links. Hoffentlich ist das alles richtig. Hier geht's nur über meine Leiche vorbei. Ich muss gar nicht schieben. Na, kommt's dann ja. Und nichts. Und nichts. Spass, schaden, schaden, einfach alles wegheizen. Oh, ein Griff, ein Griff. Und dann schaden, 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 schaden. Ach, das muss noch sein. Oder was? Das heißt, die Schuss sind wie im Lassen drin. Super! Yeah! Wo-wo-wo-wo! Level up für Freya und gleich drei Fähigkeiten ernähren! Super! Jetzt müssen wir noch schnell schauen, hübschen Wasser. Ich muss alles geben, sonst gehen wir hier noch alle drauf. Jo. Äh, warte kurz, umrüsten, äh, und zwar bei euch, eventuell, Monastock muss das sein, Kristallabreihe geht dabei nichts besser, äh, Bronzehanisch ist dabei auch nichts besser, Demis ist auch nicht besser, okay, ähm, dann bei Freya war, glaub ich, was, okay, ähm, bei Quina, ja, Miss Garry, genau, na, da ist nix, nein, da haben wir auch schon, Nein? Oh, ja, sauber steht, sehr gut. Im Web musst du sehen, das ist für Arno schlecht. Ui, weiter konzentriert bleiben, schnell, komm! Wo sollen wir noch hin? Fliegt nach oben über die Treppe, fliegt nach rechts über die Hängebrücke, fliegt nach links über die Treppe, ich würd' sagen rechts, weil da sind die Beindarm auch lang, ich hoff', das ist richtig. Fliegt nach rechts über die Hängebrücke. Oh, hoff', ist das richtig? Lass, ihr lasst nicht locker, was? Ich hoff', das ist richtig, ey, hohohohoho! Angriff. Angriff. Oh, das war jetzt verkehrt. Das ist ja wurscht. Nein, nicht so. So. Ja, Feuer passt eigentlich nicht, ne? So. Wow, das ist aber schnell verreckt. Was bin ich böse deswegen? Oh, das wäre ein Roller. Und dann passt. Leider Gottes wird doch heute wieder Überlänge sein, es tut mir sehr leid. Das weiß ich jetzt schon, was geht es dann alles aus? Und Vivi hat ne neue Fähigkeit erhört, ich habe bekommen mittig viele Schwerte und haufenweise Gun. Das muss ich noch nicht passen. Da sind einfach zu viele, ich weiß nicht wie lange ich noch durchhalten kann. Ach komm, die klatschen wir doch One-Hit-Weg, stell ihn jetzt so an. Sind wir hier sicher? Sind die Gespenste jetzt weg? Ich glaube, da kommt keiner mehr nach. Ich weiß nicht, was das... was? Ich glaube nicht, dass wir das schon überstanden haben. Ich glaube nicht. Bleibt also wachsam, hört ihr? Weeeeee! Ja. Es ist nur noch etwas zu früh, um zu groweln. Was... Wie ist denn auch noch hier? Ja. Es gibt keinen Ort in Clara, der einem mehr Seelenwohle spendet. Auch wenn dieser Sandssturm nun verschrunken ist. Ja, wieetus Endity zu wirklich wunderschön hier. Es ist überhaupt eine sehr schöne Stadt. Und alle Bewohner hier sind so freundlich und nett. Ich verspreche euch, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Clara und sein Volk zu beschützen. Wir sollten uns im großen Tempel verschanzen. Wenn wir alle zusammenhalten, wird es schon irgendwie werden. Ich glaube, ihr habt es richtig gemacht. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Schaut nicht schlecht aus. Das sind also alle Überlebenden. Wo ist groß der hohe Priester? Und der König von Guneck hier? Vati ist nicht da. Dein Vati gibt es leider nicht mehr. Aber vielleicht sind die anderen ja schon im Tempel, aber vielleicht auch nicht. Schnell, in den Tempel. Schon wieder. Ah, von drüb auch? Oh nein. Wir sind umzingelt. Töten. Verdammt, was jetzt? Ihr elenden Teufel. Bisher und nicht weiter. Solange dieser Speer nicht gebrochen ist, ist diese Stadt nicht gefallen. Aus dem Nichts auftauchender Mann, vor meinem Kampf gestehlten Speers, seid ihr nichts weiter als Opfer gaben. Schnell, flieht in den Tempel. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber danke. Ich kann es nicht glauben, dir jetzt gegenüber zu stehen. Seit du Pumerkia verlassen hast, war ich rastlos auf der Suche nach dir. Fredley. Wie viele Flüsse magst du wohl überquert haben? Wie viele Gebirge überwunden? Wo warst du all die Jahre? Fredley. Fredley. Legenden über deine ruhmreichen Kämpfe überquerten tausend Flüsse. Legenden über deine ruhmreichen Kämpfe halten über tausend Gebirge. Doch mehr als diese Legenden war mir von dir nicht geblieben. Und das Letzte, was mir über dich zu Ohren kam. Nein. Daran möchte ich gar nicht mehr erinnert werden. Nein. Freya? Ich erinnere mich leider nicht, euch jemals getroffen zu haben. Oh, mein Herz. Dieser Schmerz. Was? Was hast du gerade gesagt? Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich aufrechtlich leid. Aber ich kann mich einfach nicht an euch erinnern. Wenn das ein Witz sein soll, so ist er nicht komisch. Hörst du, Fredley? Wie könntest du, wie könntest du mich, deine Freya, denn vergessen haben? Ich bin es, Fredley, deine Freya. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Schon gut, Zitane. Nichts ist gut. Das hier ist dein Geliebter, den du seit Jahren wie besessen gesucht hast. Fredley, erinnerst du dich wenigstens an mich, deinen König? Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Willst du damit etwas sagen, du verleugnest deine Herkunft? Aber wieso bist du dann hierher, nach Clara gekommen? Ich meine, wenn du keinerlei Erinnerung hast. Wie konntest du dann von der Gefahr wissen, in der sich unser Brudervolk hier befindet? Ich... Lass mich es erklären. Bug. Bug? Prinz Bug. Sohn. Fredley ist mir zufällig über den Weg gelaufen, als ich auf Reisen war. Aber Fredley hatte keine Ahnung, wer ich bin. Er erkannte mich einfach nicht wieder, möge das... Also, wer soll das denn verstehen, ne? Er wusste nicht einmal seinen eigenen Namen. Nein. Aber als ich hörte, dass Bumerke hier angegriffen wurde und dass auch Clara in Gefahr ist, ja, da hat wohl tief in seinem Unterbewusstsein der Drachenräte in ihm gespürt, was zu tun ist. Und es hat ihn hierher getrieben. Drachenräte. Ich war ein Drachenräter. Das spüre ich. Ansonsten ist mir aber nur Leere. Also in mir drin ist nur Leere. Oh Fredley. Ich bitte mich zu entschuldigen. Freya. Willst du ihm nicht folgen? Ich... Nein. Endlich Gewissheit zu haben. Dass Fredley am Leben ist, das alles ist für mich unbeschreibliches Glück. Entschuldige, Freya. Ich war ja der Meinung, du solltest ihn nicht in diesem Zustand treffen, aber da Clara so in Bedrängnis war, habe ich ihn hergebracht. Ihr habt euch nichts vorzuwerfen, mein Beinz. Ich... Ich denke, ich schaue mal, wo Fredley hin ist. Also, bis nachher. Äh, au. Bitte warte, Buck. Wir haben uns doch so lange nicht mehr gesehen. Lass dich doch wenigstens drücken, mein Sohn. Ach, schon ist er weg. Hey, war das... Also, das war doch gerade Buck. Was habt ihr denn alle? Hm? Huch, weinst du etwa, Freya? Haha. Hahaha. Welch Ironie. Haha. Unzählige Male träumte ich davon, ihn endlich wieder zu finden. Und nun das. Er kann sich nicht mehr an mich erinnern. Warum nur? Warum nur? Nun gut, Zidane. Der Feind ist womöglich immer noch da draußen. Lass ihn uns vernichten. Freya. Ah, Hilfe. Bitte verschont wenigstens mein Leben. Äh, falsch ist es eher. Oh, nein, Hilfe. Bitte verschont wenigstens mein Leben. Die anderen Deppen können sich alle umbringen. Aber mich bitte nicht. Wie erbärmlich. Ihr seid dieses Schatzkristalls nicht würdig. Das ist mein Schatzkristall. Der... Der Schatzkristall? Oh, nein. Jetzt, wo ich den Kristall endlich in meinen Händen halte, habe ich auch nichts mehr in diesem Rattennest verloren. Bleib hier. So. So leicht kommst du mich davon. Dreckswein. So, Erfolg. Irgendwas. Entschuldigung. Habe ich gerade nicht rechtzeitig lesen können. So, wir werden auf jeden Fall quatschen. Bitte. Beschütze damit die Kinder. Richtig. Das sammeln wir noch schnell ein. Ich hoffe, das wird sich euch als hilfreich erweisen. Ich hoffe, das wird sich euch als hilfreich erweisen. Hat die Kinderlands auch noch was? Tatsächlich. Hier, ein Geschenk für dich. Oh, Entschuldigung. Habe ich jetzt zu schnell gedrückt. Sorry. Ähm. Hier, ein Geschenk für dich. Wald-Nymphen-Karte halten. Liebe Kinderchen. Der Mogli kommt zum Schluss. Denn da werden wir auch speichern und vorhin Schluss machen. Das hier gebe ich dir von Herzen. Tu mal die Gute. Bitte verwendet es sinnvoll. Und jetzt werden wir noch ganz schnell einmal mognet, ob ich hier noch was bekomme. Kupola. Nichts mehr. Ja, selten werden wir selbstverständlich einmal sicherheitshalber. So, ja. Und dann werden wir auf jeden Fall speichern und den Part beenden. Ja, ihr Lieben. Es bleibt spannend. Was geschieht als nächstes? Können wir Beatrix auf Beatrix aufhalten? Können wir sie endlich in der gerechten Strafe hinzuführen und sie für ihre Verbrechen verstrafen? Können wir Clara retten? Oder ist alles verloren? Wir werden es erleben. Zu meinem nächsten Part, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.